Eine Ernährung mit viel Zucker kann euren Geschmackssinn verderben bzw. verändern. Das Ganze wurde hier untersucht, interessanterweise natürlich jetzt an Tierstudien, die jetzt nicht unbedingt auf den Menschen übertragbar sind, aber man kann es am Menschen sehr gut selber nachempfinden, wenn man eben entsprechend mal fragt und das selber ausprobiert. Und zwar geht es darum, dass durch länger anhaltenden Konsum von eben zuckerreichen Lebensmitteln oder vielleicht auch gesüßten Lebensmitteln, da weiß ich jetzt nicht, ob es da einen Unterschied gibt, dass der Geschmackssinn speziell sich eben für die süßen Lebensmittel jetzt oder für das Süße generell eben abstumpft. Und es ist so, dass dann verschiedene Signalwege sowohl auf der Zunge als auch zum Gehirn und so weiter dann eben vermindert werden und dass der Körper dann eben diese Süße nicht mehr so wahrnimmt, weshalb wir dann auch mehr zuckerreichere Lebensmittel dann ohne Probleme zu uns nehmen können, ohne dass wir davon dann irgendwie sagen, das schmeckt auf einmal nicht mehr. Also wenn man sich vorstellt, so eine Cola ist eigentlich auch nur so ein Zuckerwürfel und das würde man so jetzt auch nicht unbedingt konsumieren und wenn ich jetzt nach längerer Zeit nur Wasser trinken, mal wieder eine Cola trinke, dann ist es auch wirklich so, dass es total eklig eigentlich schmeckt. Und wenn man sehr lange Zeit zum Beispiel Ketogen macht, Low Carp macht, die Süßigkeiten rauslässt und vielleicht auch hochprozentige Schokolade isst, also lange Zeit eben 85% Schokolade isst oder sogar 90% und dann auf einmal wieder so ein Kinderriegel zu sich nimmt, das schmeckt einfach richtig scheiße. Also probiert es einfach mal aus und das können viele Leute wahrscheinlich auch in den Kommentaren jetzt bestätigen, die das mal durchgemacht haben, dass einfach solche Vollmilchsachen oder Sachen, wo eben dann der Zucker doch ein bisschen mehr drin ist, auf einmal extrem scheiße schmecken und dass man da doch am liebsten die Finger von lassen würde. Also erstmal das natürlich, bestimmte Rezeptoren und Enzyme auf der Zunge können dann mit der Zeit eben abstumpfen, dass man dann trotzdem zu viele Kalorien wieder aufnimmt und gar kein wirkliches Gefühl hat für das Essen und generell sollte man dann vielleicht auch versuchen, das Ganze in der Ernährung entweder zu reduzieren oder man macht wirklich einen harten Cut, aber dann hat man natürlich auch wieder das Problem, dass man dann vielleicht eine Woche da hängt und Zucker Cravings ohne Ende hat. Denn auch das Gehirn, Dopamin und sonstige Glückshormone, die dann ausgeschüttet werden, wenn ihr eben Zucker konsumiert, Belohnungssysteme und so weiter, sind natürlich auch mit der Zeit immer aktiver und stumpfen ab in gewisser Form, dass es natürlich dann auch so ist, dass wir auch immer größere Mengen an Zucker brauchen. Dann gibt es aber auch die Rückmeldung nicht mehr von der Zunge, dass wir auf einmal Zucker gegessen haben und dann kommen wir natürlich in so eine Spirale rein, wo wir immer süßere, immer mehr süßere Sachen dann eben konsumieren, was natürlich am Ende dazu führt, dass wir auch mehr Kalorien zu uns nehmen. Das ist natürlich klar. Und es ist nicht immer nur die Kombination aus Zucker und Fett, völliger Bullshit, weil es gibt extrem viele Lebensmittel da draußen, die nur aus Zucker bestehen, aus reinem Zucker und schmecken. Also Haribo-Tüten sind zu 80% oder zu 80 Gramm pro 100 Gramm eben aus Zucker, wenn ihr mal hinten drauf schaut und schaut mal auf eine Cola hinten drauf, das ist fast nur Zuckerwasser, was ihr da eben drin habt. Da kommen die ganzen Kalorien eben nur aus Zucker. Und sagt mir nicht, dass das da nicht schmeckt, dass da unbedingt Fett bei sein muss. Nee, auch Zucker selbst schmeckt natürlich, wenn es entsprechend verarbeitet ist, dann auch mit entsprechenden Geschmacksstoffen, also Cola-Stoffen oder sonstigen schönen Aromastoffen und so weiter. Zucker alleine würde wahrscheinlich auch nicht so schmecken, obwohl ein Tee ohne Zucker schmeckt dann auch wieder nicht, aber mit Zucker schmeckt er dann wieder. Es ist schon ein komisches Ding mit dem Zucker. Und wenn wir dann natürlich die Kombination haben in Schokolade, also mit Zucker und Fett und wir schmecken auf einmal irgendwann die Süße nicht mehr raus, dann haben wir natürlich so eine Tafel Schokolade mit 600 Gramm auf einmal so zapp runter, weg und ja, haben dann auf jeden Fall ein paar Stunden später wieder Hunger. Wir merken aber nicht, dass wir uns die Kalorien immer weiter reinschaufeln ohne Ende. Das passiert in der Regel mit höherprozentiger Schokolade, wo dann eben weniger Zucker drin ist. Nicht, also da bin ich persönlich zumindest deutlich schneller satt, als eben von so einer ganz normalen Milchschokolade. Könnte ja, ist natürlich sehr individuell. Es gibt Leute, die können auch 90, 99-prozentige Schokolade essen ohne Ende. Aber ich glaube, die haben andere Probleme. Nein, Spaß. Also ich weiß, dass es einige gibt, aber naja. Wie kommt ihr davon los? Wie gesagt, man kann dazu übergehen, dass man, wenn man schokoladensüchtig ist oder solche Dinge, kann man dazu übergehen, einfach immer höherprozentige Schokolade zu konsumieren. Das heißt, statt der Vollmilchschokolade nehmt ihr halt beim nächsten Mal statt 50% Zucker eben 60% Kakaoanteil. Und dann geht ihr langsam höher. Dann geht ihr immer auf 65%, je nachdem, was ihr da findet. Probiert ein bisschen aus, welche dann auch noch schmeckt. Es gibt Schokolade mit 80%, 85%. Die schmeckt eben noch relativ gut. Also vom Aldi zum Beispiel gegenüber der Lind. Die ist dann doch ein bisschen herber. Also da muss man schon ein bisschen gucken, sind die mild, sind die herb und so. Müsst ihr euch natürlich mit ein bisschen beschäftigen. Aber das funktioniert dann auf Dauer eben, wenn man sich da langsam hocharbeitet. Das dauert dann auch 2, 3, 4, 5 Wochen. Aber ihr habt dann trotzdem keinen Heißhunger mehr und ihr habt trotzdem eure Schokolade. Nur nicht mehr so viel dann auf einmal. Ihr könnt natürlich auch einen kalten Entzug machen. Könnt jetzt sagen, okay, ich lasse den Zucker jetzt mal komplett raus. Ess auch keine hochprozentige Schokolade mehr oder was auch immer. Oder geh direkt auf 90%. Da braucht man natürlich einen sehr starken Willen dafür. Es macht aber auch keinen Sinn, immer alles auf einmal zu machen. Beispielsweise komplett Zucker rauslassen, dann auch noch Koffein rauslassen, dann auch noch Cola rauslassen und so weiter. Man kann erstmal langsam anfangen. Man lässt den Zucker einfach raus, kann aber trotzdem noch zuckerfreie Cola zum Beispiel konsumieren. Weil wenn man gleichzeitig natürlich dann den Zuckerentzug hat und noch den Koffeinentzug, dann geht es euch natürlich richtig beschissen. Und dann ist die Rückfallquote natürlich deutlich höher. Heißt also, lasst es langsam mal angehen, macht eins nach dem anderen. Außer ihr seid wirklich extrem stark, dann könnt ihr natürlich auch alles auf einmal machen. Und das war es auf jeden Fall mit dieser interessanten Studie, wo ich jetzt auch selber gar nicht so tief reingehe, sondern eher so ein bisschen mehr meine Meinung dazu erzählen wollte, zu diesem generellen Thema. Könnt ihr gerne mal eure Meinung drunter schreiben. Andere Leute können sich Tipps holen aus den Kommentaren, wie seid ihr vielleicht vom Zucker im Endeffekt losgekommen. Und dementsprechend kann man sich da vielleicht ein paar Ideen holen. Wenn ihr wissen wollt, was man vielleicht so essen kann, wie man sich Low Carb ernähren kann, dann schaut in die Videobeschreibung. Da findet ihr zum einen die beiden Bücher, die ich geschrieben habe. Eins über Low Carb oder Ketogen und das andere eben über allgemeine Ernährung. Und auch die Tabelle, damit könnt ihr eure Ernährung so ein bisschen planen. Und ansonsten hoffentlich war das Video halbwegs hilfreich. Bis zum nächsten Video, Daumen hoch nicht vergessen. Bis zum nächsten Video, Daumen hoch nicht vergessen.